Die obere Westseite von New York, das sind etwa 200 Blocks im Nordwesten der Insel Manhattan, zwischen der 70. und 110. Straße. Auf einen Block kommen in dieser Gegend nahezu 1000 Leute, mehr als in der Welt gewöhnlich und unterschiedliche Leute, nach der Nationalität, nach der Hautfarbe, insbesondere nach dem Einkommen unterschiedlich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020